einen wunderschönen guten morgen hier ist der pink panther seid mir gegrüßt farcry 4 ja welcher teil das ist kann ich euch gar nicht sagen es ist mir schon eine weile her und einige haben sich auch schon von euch beschwert so nach dem motto panther was ist los hier wann geht es weiter problem bei der geschichte ist ich habe einfach so viele andere sachen noch zu tun gehabt ich konnte es leider nicht machen aber soweit ich weiß sollten wir jetzt ein paar coole sachen zur verfügung warte mal ich will mal gucken was haben wir denn für waffen dabei die die ach stimmt ja genau wir haben jetzt mehrere waffen dabei richtig stimmt na dann auf in den kampf aber irgendwie ist laut das haben wir das haben wir das haben wir und die haben wir sehr schön jetzt muss ich mal gucken was als nächstes ansteht oh heidi witzger stimmt wir wollten ja mal hier hinten bei der festung gucken also zumindest mal angucken sehr schwer sollte man eigentlich im koop modus machen aber wie sagt man so schön drauf geschissen angucken auf alle fälle da liegt ein auf dem boden ich weiß gar nicht mehr wann jemand zum letzten mal etwas gutes über den nördteil von führer gesagt hat ich meine die ganze region steht so lange ich mich zurück erinnern kann unter fahrgangskontrolle ich hab gehört dass es doch sogar gulags für unerwünschte personen gibt was soll das eigentlich heißen unerwünscht das ist so ein praktisches wort das kann alles bedeuten von einem den man einfach nicht mag bis zum fall oh oh da oben sind gegner oh zum glück müssen wir rechts abbiegen festungen festungen sind schwer bewaffnende außenboss mit mehr truppen und mehr verteidigungsanlagen lade einen freund ein die festung mit dir im koop modus gemeinsam zu bezwingen oder setze schützen hilfemarken ein um verstärken zu rufen und chancengleichheit und für chancengleichheit zu sorgen ich werde einfach versuchen nur mal zu gucken oh 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 na du dickhäuter oh da oben ist ein farfsitze mal gucken ob wir den eventuell mit pfeil und bogen da oben weg bekommen ich habe gesehen da unten steht auf jeden fall schon mal etwas was mir hilft wegzukommen ich glaube ich schieße drüber ne er hat was gehört sag mal treffe ich den die ganze zeit jetzt habe ich ihn getroffen also den hätten wir schon mal versuchen wir mal etwas höheren punkt zu erreichen am besten müsste ich da oben hin kann ich irgendwie hochklettern hallo 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 klettermachse ich kann doch sonst immer überall hochklettern warum hier nicht wir wollen wahrscheinlich gar nicht dass ich von oben reingucken kann aber ich will ja mit der kamera alles markieren damit die sehen kann wer wie was wo und von hier oben kann man bestimmt auch den ein oder anderen ganz nett abschießen alter das ist immer ein großes ding uiuiuiui schauen wir mal da hätten wir nummer eins schwer gepanzert hör mir gut zu wenn du die effekten doch dort das halte lieber abstand und sagt ich hätte dich nicht gewahrt hä? seht ihr sonst noch irgendwas? wo ist denn hier die schwere festung? da ist noch einer das ist alles? ne da ist noch einer also mehr seh ich jetzt nicht muss uns irgendwie hinkriegen dass der typ mich da nicht sieht aber den könnte ich schon mal weg holen da so den hätten wir schon mal und die dürfen keinen Alarm schlagen das wäre auch noch wichtig oh ich kann mich nicht hinlegen jetzt nehme ich das ding doch ein es gibt bestimmt einen failversuch ey ein freund von mir hat diesen zauberdoktor gesehen er saß vor einer höhle und hat pfeife geraucht gucken was passiert wenn ich den beschieße wer sieht mich denn da einer? das kann ich den ganzen tag machen was kannst du den ganzen tag machen mein freund? ich glaube der granatwerfer ist glaube ich noch besser den hat es erwischt wo denn? ach da uuuu aua 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 jetzt kommt Verstärkung mal gucken wie lange wir das aushalten können äh du auch so jetzt mal gucken dass wir den einen typ da oben weg holen nur das wäre Nummer 1 alter krass was der aushält oder? was die kommen aus der luft? das finde ich aber uncool wo kommen sie denn? ach da die müssen näher kommen das geht das nicht aha knapp daneben ist auch vorbei ne? scheiße scheiße ach okay jetzt muss ich runter Aua das ist uncool Aua 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 das stimmt allerdings komm her baby soo den hätten wir auch Wo denn? Ich seh den eigentlich gar nicht. Ach, da. Okay. Okay, den hätten wir auch. Den haben wir auch. Ach, da ist noch einer. Guck mal. Okay, viele Heilungssachen habe ich jetzt nicht mehr. Ist das nur noch der Hubschrauber oder was? Wo ist er denn? Da fliegt er. Okay, versuchen wir mal, ihn wegzusprengen. Mist. Aua. Ja, komm nur mal ein bisschen runter, mein Freund. Ah, jawohl. Das war ein Treffer. Was? Da kommt noch einer aus der Luft? Mach mal halblang hier. Ich komm da nicht rein. Scheiße. So, der muss auch nah ran. Ja, da ist er. Der hat gesessen. Was? Noch einer? Komm mal klar in deinem Leben. Zwei Stück. Scheiße. Das ist ungünstig. Hallo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aua. Du bist langsam knapp hier mit meinen Sachen. Okay, das hätte ich. Der kommt jetzt gleich da. Okay, das war's mit meiner Muni. Mal gucken, ob ich einen von denen kriege. Ich muss einen irgendwie als erstes wegmachen. Ah, ich kann aber auch nicht sehen, ob das Ding trifft oder nicht trifft. Nee, das war zu knapp. Was? Nicht getroffen. Immer noch nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, jetzt wird langsam knapp mit meiner Muni. Mal Muni einsammeln. Keine Gnade. Wer schreit denn da die ganze Zeit? Da. Keine Gnade. Okay. Jetzt mal gucken, wo ist er? Da oben. Jawohl. Treffer. Versenkt, würde ich sagen. Jawohl, meine Damen und Herren. Haben wir es doch geschafft. Ohne Koop. Ohne irgendwelche andere Hilfe. Man muss sich einfach nur ein bisschen Mühe geben. Sehr geil, oder? Cool. Ich habe ein paar Fähigkeiten. Da gucken wir doch gleich mal, was hier los ist. Und zwar... Gott, wo sehe ich denn jetzt, wie viele Punkte... Ach, einen Punkt habe ich da. Was weiß ich, beim Sprint nachladen? Nee, das kostet zu viel. Nehmen wir das, wofür es auch immer ist. Neue Aktivitäten auf der Weltkarte. Was? Er braucht... Jetzt machen wir erstmal hier... Reißen wir erstmal hier die schönen... Poste von der Band. Ratze Puh. Weg ist er. Na, ihr kommt auch endlich mal. Wollt ihr nicht nur mal ein bisschen in die Luft schießen? Wie ihr das sonst immer macht? Ja, siehste, sag ich doch. Läuft bei euch. Warte mal, wie... Alle, hopp. Alle, hopp. Alle, hopp. Meine Fresse, wie komme ich denn da dran? Wir brauchen einen Rettungsplan für alle, die Pläger in den Gefangenen genommen haben. Wie soll ich denn da oben dran kommen? Warte mal, ich versuche mal hier hoch zu gehen. Das ist doch kein Wespennest oder so. Ne, das war wohl nichts. Ich muss irgendwie da drauf springen. Gehen wir mal hier hoch. Nein, nicht unter... Wie soll ich denn da oben dran kommen? Egal. Ne Latte. Hilf mir. Ich soll dir helfen? Hilf dir selbst. So. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal Munition, damit wieder alles fulle ist. Und jetzt können wir uns mal um die guten Mann kippen. Ach, du bist aber ein armer Kerl. Meine Familie haben sie auch. Bitte. Du musst sie retten, sonst tut es niemand. Ich mach das schon. Was sagst du so einfach? Ich mach das schon. Würde ich sagen, dann fliegen wir mal mit unserem... Mit unserem Helikopter hier. Auf geht's! Hilfe! Am besten... Oh, 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 oh. Wingsuit for the win! Am besten gehe ich wieder über die, damit ich denn... Schön das abfilmen kann. Aber die sehen mich wahrscheinlich schon vorher. Ups. Siehste? Die sehen mich jetzt schon. So, Fallschirm. Und auf geht die Luzi. Rette mindestens zwei Geiseln. Oh, 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 oh. Schnell zurücklaufen. Mission-Gebiet, Mission-Gebiet. Puh, das war knapp. So, dann holen wir mal unseren Foto-Aberat raus. Und gucken mal, was da unten lose ist. Noch sehe ich keinen. Ich nehme mal hier meinen Bogen. Ah, 20 Pfeile habe ich noch. Das geht ja schon mal. Okay. Da hätten wir Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ich glaube, das war es dann erst mal. Im Großen und Ganzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die erledige. Wenn Sie hier das Geld haben, sollten wir sie einfach ausrauschen. Ich habe eine Idee. Wuppela. Ich schmeiße mal ein paar Steine, ne? Und? Irgendwann kriegen wir die Kohle. Bist du taub? Ich schaff das. Ich habe Schlimmeres überlebt. Was war das? Jetzt hat das gerafft. Was war das? Den werden wir erst mal im Nacken... Ah, da kommt auch einer. Das ist ungünstig. Na gut, der geht rein. Dieses Mal hat er was gehört. Alter, so taub kann man doch gar nicht sein. Oh, da kommt auch einer. Na, wo ist der andere? Wie viel gibt es denn noch? Den da hinten? Oh, da ist eine Geisel. Zwei Geisel. Ist hier noch irgendwo jemand? Da ist noch mal einer. Okay, jetzt müssen wir die da hinten irgendwie wegkriegen. Am besten... So. Bleib doch mal stehen. Und so, würde ich sagen. Vor dem Nussbinder geiseln alle Wachen töten. Willst du mich verarschen? Ich will nur noch nach Hause. Wo ist denn hier noch eine Wache? Oh, scheiße. Da. Hallo, Onkel Wache. Jetzt haben wir sie doch. Perfekti. Na dann. Einmal losbinden. Einmal losbinden. Mindestens zwei sollte ich retten. Ach so, da kommen meine Freunde. Das ist ja gut. Perfekt. Das hätten wir doch. Neuen Anzug. Oh, guck mal hier. Fische. Um alles in der Welt brauchst du so viele Draschen. Was hast du denn da denn? Fleisch? Okay. Den da noch. Ich schreibe dem Schneider eine Notiz. Das war's. Jacke. Perfekt. Gut. Ich will dich nicht länger aufhalten. Das finde ich aber nett von dir, dass du mich nicht länger aufhalten willst. So, einmal tief Luft holen und wieder nach unten. Ey. Das nehmen wir doch mal mit, ne? Und noch einer. Und noch mal runter. Bremsen. Weil so sicher komme ich an die Viecher nicht mehr dran. Siehste? Und schon kann ich, kann ich nämlich was Neues für mich erstellen. Und dann gucken wir auch gleich mal, was das ist. Äh, das war der falsche Knopf. Äh, Hilfe. Genau. Da waren wir. Herstellen. Beutetasche. Das finde ich eine gute Option. Prima. Umso mehr Sachen können wir mich mitnehmen. Jetzt ist die Frage. Ah, da müssen wir jetzt hin. Ach, guck mal hier. Kann man einkaufen. Hallo Onkel. Wir nehmen nämlich einmal Munition. Dankeschön. Ja, dankeschön. So, dann gucken wir mal, was jetzt als nächstes so ansteht. Alter, das ist doch coole Sache, ne? Schalte in dieser Aufgabe gefährliche Tiere aus. Du erhältst XP und Rupien. Komm, das machen wir mal. Sieht gut aus. Nehmen wir doch das liebe Squad hier. Quad, nicht Squad. Quad. So, und jetzt klingelt meine Tür. Und dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal die Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es freut euch, dass es weitergeht. Aber seid mir nicht böse, dass ich da nicht jeden Tag einspringen kann. Weil das schaffe ich einfach von der Zeit her nicht. Dann bis zur nächsten Runde. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020